Hallöchen und Willkommen zurück bei Elite Dangerous. Als erstes mir geht es wieder ein bisschen besser. Ich hoffe ich überstehe die 20 Minuten ohne zu husten. Nach der letzten Aufnahme konnte ich einfach nicht weiter aufnehmen. Mir war nicht gut dabei und es hat jetzt aber auch wieder nachgelassen. Nach der letzten Aufnahme war es tatsächlich noch mal schlimmer geworden ein zwei Tage. Jetzt hau es aber wieder Gott sei Dank hin. Es müsste klappen ohne Husten auszukommen. Ja wir sind am Ziel angelangt. Ich habe das den Abend noch gemacht. Bin noch die paar tausend Lichtjahre gesprungen. Das ging relativ schnell sogar. Und tatsächlich, warte mal, ich suche mal direkt den Screenshot raus. Es war so, ein Sprung nach dem letzten Sprung, den wir in der letzten Folge gemacht hatten. Direkten System mit drei Wasserwelten. Ich glaube das hier war es. Ne, zwei erdähnliche Planeten. Genau, war ja noch besser. War direkt ein Sprung nach der letzten Aufnahme. Tja, also hätten wir bloß drei ein machen müssen. Dann hätten wir das zusammen erlebt. Ja, zwei schöne erdähnliche Planeten auf einmal. Noch was. Mein Mikrofon spinnt gerade rum. Ihr hört das wahrscheinlich. Es liegt tatsächlich am Mikrofon. Es liegt nicht an der Verbindung, nicht am USB-Kabel, nicht an der Buchse, sondern wirklich am Mikrofon. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt. Das kommt irgendwann nächste Woche an. Deswegen tut es mir leid, wenn das so ein bisschen kratzt, wenn ich rede. Dann habe ich immer jetzt bei der Testaufnahme, ich habe da jetzt viel rumprobiert, bekomme das aber nicht weg. Da kratzt das immer so ein bisschen rechtslastig irgendwie. Tut mir sehr leid. Ich wollte jetzt nicht warten bis nächste Woche, bis das neue Mikrofon da ist, um dann eine neue Aufnahme zu machen, sondern jetzt, wenn es mir jetzt wieder besser geht. So, meine Damen und Herren, bitte anschnallen, Sitze hochklappen. Wir beginnen den letzten Hybraumsprung in das Zielsystem. Und guck mal da nach rechts. Da ist ein schöner großer Sternhaufen. Den können wir uns eventuell anschließend noch mal anschauen. Das dürfte nicht so weit weg sein. Ich zeige euch gleich, welcher Nebel das ist oder zu welchem Nebel die ganzen Sterne dort gehören. Da bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen, dass der schwarze Schatz in dem Fall ein schwarzes Loch ist, was sich hier anscheinend vor uns befindet. Wir sehen natürlich nichts. Wir fliegen tatsächlich relativ nah ran, aber es ist ein schwarzes Loch. Aha, aha, aha. So, und da müssen wir rein. Ich weiß jetzt nicht, ob der uns vorher rauszieht. Ich glaube, das ist, man sieht es halt nicht so gut hinter dem schwarzen Loch in dem Fall. Ich warte mal kurz. Wir können gleich reinspringen. Man sieht halt bloß, wie der schöne Nebel hier drumherum sich so ein bisschen verzerrt. Und gleich können wir da rein. Da sind wir ein bisschen vorsichtig. Ja, oh, fuck! Hahaha. Entschuldigt. Das kam jetzt sehr überraschend. Meine Güte. Ja, okay. Halleluja. Ich gehe kaputt. Das ist ja sensationell. Och. Ach. Ich schalte gleich mal raus in die Außenbootkamera. Ach, Hallöchen. Arsen finden kann. Ja, auf Planeten, die halt Arsen haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach einen Planeten suchen, der irgendwie Arsen so bei 1, 2, 3 Prozent hat und hoffen, dass du metallische Meteoriten oder Mesosiderit findest. Da gibt es dann oft Arsen. Wo genau? Auf welchen Planeten? Keine Ahnung. Ich merke die mir nicht. Ich gucke dann immer im System, wo ich es gerade brauche, ob ich da in der Nähe irgendwo was finde. So, was gibt es denn hier? Schwarzer Schatz. Hier, ich habe die ganzen Daten immer noch drin. Da sind wir angekommen. Das haben wir erledigt. Schwarzer Schatz. Touristenattraktion 99. Kommandant Metro Viper 527 schlägt diese kürzlich stattgefundene Supernova als wertvolles Besuchsziel vor. Das System enthält ein schwarzes Loch mit einer Masse von ungefähr 2,7 Sonnenmassen, dem man sich bis auf 40 Kilometer nähern kann, ohne zu überhitzen. Okay, probieren wir gleich mal. Das System liegt direkt am Rand des Sagittarius Spiralarms, in der Nähe des Omega Nebels, der ebenfalls ein wunderschönes Touristenziel abgibt. Genau, und das ist der Nebel, den ich vorhin meinte mit den vielen Sternen. Ich zeige euch den mal kurz, bevor wir uns hier nähern. Da hinten ist der Omega Nebel. Ja, ist gar nicht so weit weg. Das sind im Prinzip bloß, weiß ich nicht, 250 Lichtjahre oder so. Nehmen wir mal den hier als Anhaltspunkt. 286 Lichtjahre, also bloß, weiß ich nicht, nahenvolle Sprünge, ein bisschen mehr. 6, 7 Sprünge höchstens. Ja, super. Wir können uns hier bis auf 40 Kilometer nähern. Achso, wir sind... Ui, 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 ui. Das sieht natürlich echt fett aus, ey. Im Super Cruise sah es halt jetzt überhaupt nicht so aus. Und ich dachte schon, okay, es ist ein sehr, sehr kleines schwarzes Loch. Ist es auch, wenn es bloß 2,6 Sonnenmassen hat. Da ist nicht viel mit schwarzem Loch. Aber der Effekt ist halt echt super, ne? Das ist ja genial. Warte mal, ich schalte mal raus. Das sieht echt super aus. Dann mit dem Nebel halt noch drumherum, echt klasse. Ui. Die ist halt einfach alles so enorm verzerrt, ne? Übrigens, das neue Mikrofon nimmt nicht mehr so viele Nebengeräusche auf wie das jetzige. Was wir wirklich... Ach, da hinten, da sieht man sogar Richtung Omega-Nebel geht es da hinten. Die ganzen hellen Sterne ober und unterhalb. Das ist ein sehr schönes Bild. Das sieht echt klasse aus. Tja, damit wird die Aufgabe auf jeden Fall erledigt. Und wir könnten ihn zurückbringen. Echt schön gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir beim Rheinspringen jetzt hier so eine schöne Aussicht haben. Das sind wahrscheinlich die 40 Kilometer, die wir uns in der Instanz im Touristenziel jetzt genähert haben. Schön. So. Wie sich das Milchstraßenband so verzerrt, ne? Sprün mal wieder raus. Müsste jetzt die Richtung sein, in der ich da nichts abbekomme, wenn ich wieder zurück in den Super-Close-Modus gehe. Oh, oh. Ey, das ist ja fett. Alter. Haha. Wie geil war das denn eben? Super, ey. Echt genial. Ich drehe mich noch mal ganz kurz. Ja, von außen sieht man halt bloß die Umrisse, wie das alles so ein bisschen verschwimmt. Der Krümmung von Raum und Zeit. Ja, und da hinten der Omega-Nebel. Er sieht ganz schick aus, ich weiß jetzt nicht. Ich habe da glaube ich schon mal angehalten mit der ASP Explorer, als ich auf dem Weg zu Sagittarius A war und dann als Koloniare kam, dahin geflogen bin. Gibt wohl derzeit keine anderen Community-Events? Doch. Einst. Tja, jedenfalls würde ich jetzt so langsam die Rückreise eigentlich wieder antreten. Ich möchte gar nicht da weiter rum gucken. Aufgabe ist erfüllt. Sehr schöner Effekt. Sehr geil gemacht. Also lohnt es sich, wenn man da mal hinfliegt oder da eine Aufgabe hin hat. So wie in dem Fall. 1008. Huch. Na gut. Jetzt bin ich aus Versehen zu nah rangeflogen. Das ist nicht weiter schlimm. Hm. So, komm hier irgendwo hin. 1040. 1006. Einmal hatte ich eine 999 Lichtjahre Route. So, ja, da können wir abhauen. Wir gucken wie der Effekt jetzt ist. Jetzt ist direkt aus dem schwarzen Loch oder direkt in der Nähe des schwarzen Loches in den Hyperumsprung, in den Normalraum, in den Supercruise Modus zu rufen. Sah das ja vorhin echt super aus. Wir gucken, Überhitzung. Geht. Okay, löst sich einfach auf der Effekt. Sehr schön. Da war ich vorhin wirklich sehr überrascht. Schön. Ja, und dann düsen wir wieder zurück. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar Sachen finden. Jetzt habe ich von dem Bug gehört, dass es wieder mal so sein kann, dass Systeme, die man eigentlich schon mal entdeckt hatte, wieder neu entdecken kann. Dass das wohl allerdings bloß ein Anzeigefehler ist und man für die neu entdeckten Systeme bzw. Sachen, die man dann nochmal detailscannt, keine Credits bekommt. Also in dem Sinne 0 Credits. Dass das wohl jetzt immer mal der ein oder andere hatte, bei Systemen, wo die Leute halt im System schon Lesezeichen gesetzt haben. Und dann aber nicht mehr angezeigt wurde auf der Galaxiekarte, dass sie das System schon mal gescannt hatten, obwohl es so war. Und dann, dass System reingesprungen sind, nochmal ein neues Scan-Content, nochmal die neuen Objekte angezeigt wurden, aber dann halt 0 Credits bei der Abgabe gab. Deswegen das Anzeige-Bug in der Galaxiekarte. Ich hoffe, das wird demnächst mal wieder behoben. Kommt ja leider dann doch immer mal wieder was Neues dazu. So, und ja, ich düse jetzt einfach wieder zurück. Machen wir jetzt noch ein paar Sprünge zusammen. Und dann, denke ich mal, bin ich in der nächsten Folge wieder da. Können wir die Aufgabe abgeben. Jetzt wird mir gar nichts angezeigt. Doch ein bisschen. Und, ja, machen wir dann was anderes. Mal schauen, was. Ich hätte da schon eine Idee, aber ich gucke erst mal, was es für ein Community-Event gibt. Da bin ich aber sehr gespannt drauf. Eventuell endlich mal eins, bei dem ich die ganzen Explorer-Daten abgeben kann. So. Ja, sehen wir dann. Es gab noch was anderes, Neues, was ich eigentlich loswerden wollte. Ich überlege gerade, was das war. Ich komme gerade nicht drauf. Ich komme gerade einfach nicht drauf. Vielleicht fällt es mir noch ein. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ja, und sonst gibt es was Neues bei euch. Irgendwelche Probleme im Spiel. Irgendwelche Anregungen. Irgendwelche Tipps. Irgendwelche Probleme. Ja, ich sehe schon, wie das kommt. Wir finden jetzt die ganze Zeit wieder nichts Gescheites. Und ein Sprung nach Aufnahmeende. Zack. Direkt wieder eine Wasserwelt oder eine erdähnliche Welt. Achso. Er hat es ja von... Ich bin ja doof, ne? Ich habe es ja nicht bloß laut gedacht. Oder überhaupt gedacht, sondern auch gesagt. Aber er kriegt davon natürlich nichts mit. Ich schreibe danach, nach der Aufnahme. Wenn ich es nicht vergesse. Neunmal Polonium. Ach, seht ihr. Ich wollte eigentlich... Ja gut. Ist halt immer noch so das kleine Vorankommen-Problem mit dem anderen Explorer-Account. Mit dem wollte ich eigentlich nochmal in den Charakter-Editor gehen. Und eventuell dort mal so einen weiblichen Charakter erstellen. Die kann man ja immer wieder zurücktauschen, wenn man das möchte. Ah, was haben wir denn hier? Da haben wir doch was Schönes. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ja, und da eventuell mal einen weiblichen Charakter erstellen. Mal schauen, was man da so machen kann. Was man da so rausholen kann. Und wie gesagt, man kann ja immer wieder zurücktauschen dann. Das finde ich ganz gut, dass man in das Holumi zu jeder Zeit rein kann. Und das immer wieder ändern kann, wenn man das möchte. So, was könnte da sein? Das ist ja mindestens eine Wasserwelt. Iron Titschi oder Titschi. Ja, eine Wasserwelt wird zumindest sein, denke ich. Das ist halt krass, ne? Auf dem Weg hierher. Das sind ja nun, ich sag jetzt mal, nur 5000 Lichtjahre ungefähr von Sol oder von der Blase entfernt. Aber trotzdem, die allermeisten Systeme waren halt noch für niemanden erforscht, weil es einfach so viele sind, was mich jedes Mal aufs Neue erstaunt. Selbst zweieinhalb Jahre nach Release des Spiels, denke ich mir noch, ja gut, jetzt die ersten 10.000 Lichtjahre weit weg von Sol. Obwohl das meiste wird erkundet, so ein Nö, ist jetzt einfach nicht. Man fliegt einfach mal so ein bisschen schräg nach oben, schräg nach unten, schräg nach links, schräg nach rechts, ober oder unterhalb der Null-Ebene. Und schon alles unentdeckt. Also Wahnsinn. Also auch für neue Leute, die jetzt irgendwie frisch dabei sind, die vielleicht denken, ja gut, wenn ich da als Explorer losziehe und vielleicht meinen Planeten als Erster entdecken will, dann muss ich weit fliegen. Nö. Ist gar nicht so. Müsst ihr gar nicht so weit fliegen. Das geht auch schon relativ nah um die Ecke. Und wenn man das möchte, wie gesagt, ein bisschen oberhalb, ein bisschen unterhalb fliegen, kreuz und quer. Und schon sollte es gar kein so großes Problem sein, da nochmal was zu entdecken als Erstentdecker. Und auch hier alles nicht entdeckt. Ist halt nichts, nicht mal der Stern. Ich denke, das wird jetzt noch öfter vorkommen durch die neue Änderung der Preise für die erdähnlichen Planeten, Wasserwelten und terraformierbaren Planeten. Und da die jetzt ja in den Credits ums Zehnfache gestiegen sind, das würde jetzt häufiger vorkommen, dass Leute, die vorher, da war es ja alles ungefähr gleich. Ich sag mal, da hat es sich nicht so sehr viel genommen. Da hat es sich halt auch gelohnt, wenn man einfach die Sterne mitgescannt hat. Das hat schon einiges ausgemacht. Aber ich denke, das wird jetzt ein bisschen weniger auf der Fall sein. Ich mache es ja selber relativ selten, weil es mir jetzt einfach für die paar Lichttiere, die ich mal schnell zurückfliegen will, dann doch zu lange dauert, wenn ich hier bei jedem Stern anhalten würde. Dass da dann Leute dann eher so ein bisschen noch schneller durch die Galaxie fliegen und halt einfach System für System abklopfen wollen, um eventuell halt erdähnliche Planeten oder Wasserwelten zu finden. So, das sieht doch hier ganz gut aus. Hier war natürlich schon jemand. Hier ist auch wieder eine Wasserwelt. Auch die nehmen wir mal mit. Wenn wir da nicht erst Entdecker sind, die nehme ich auf alle Fälle alle mit. Das mache ich. Da lasse ich mich nicht lumpen. Auch als zweiter Scan bringt es ja trotzdem noch viel Geld. Ist ja nicht so, dass es da nichts mehr gibt. Auch wenn da schon ein Name dran steht, könnt ihr trotzdem scannen. Und es gibt noch einiges an Credits. Und, auch für vielleicht, ich kriege es ja immer mit, dass immer mal wieder neue Leute dazukommen. Der Name steht erst an dem entdeckten Planeten. Und, wenn ihr die Daten abgegeben habt, nicht nach dem Scan, sondern immer erst, wenn die Daten abgegeben wurden, und ihr dann noch nach wie vor der erste wart, der die Daten zu dem jeweiligen Planeten als Detailscan abgegeben habt, dann steht euer Name dran. An meinen Planeten, an meinen, an meinen Planeten. Ja doch, sind ja meine. Wenn mein Name dran steht, ist das mein Planet. Ne, an, äh, alleine zu meiner, äh, bei meiner ersten Reise nach Sagittarius A und zurück. Da waren schon so unfassbar viele Erstentdeckungen dabei. Auch so immer wieder, auch hier jetzt bei der Reise, weiß ich nicht, vielleicht zehn oder so locker. Das kommt schon doch sehr häufig vor. Braucht man keine Angst zu haben oder, oder sich denken, ach, das lohnt sich gar nicht mehr. Doch, doch, das lohnt sich schon. Weil 200 Millionen Sonnensystem, oder 100 Millionen, oder, ist egal. Da ist ja nur ein sehr, sehr kleiner Prozentteil überhaupt angeflogen worden bis heute. Da gab es irgendwann mal eine Statistik, die ist aber glaube ich mittlerweile auch schon wieder ein Jahr oder so alt, wie viel Prozent überhaupt angeflogen wurden an Systemen. Das war ganz minimal. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Prozent war. Das war jedenfalls, äh, da hat man dann nochmal ganz deutlich gesehen, dass es einfach ein riesen, äh, Universum nicht, eine riesen Milchstraße ist, eine riesen, riesen Galaxie mit unglaublich vielen Sternen. 100, 200 Millionen, irgendwie sowas. Da kommt es dann auch ein paar auch nicht drauf an. Das ist alleine schon zehn Millionen, ja, riesengroß. Und, ja. Also gibt es auf jeden Fall immer was zu entdecken. Immerhin, zwei Wasserwelten jetzt hier schon auf dem Rückweg entdeckt. Nicht als erster, aber mitgenommen. Und, ja, bin ich schon mal zufrieden. Das ist auch während der Aufnahme, weil sowas stattfindet und nicht immer erst kurz danach oder kurz davor. So, und hier? Nö. Ein bisschen Treibstoff noch mitnehmen, bevor ich hier weiter düse. So. Gut. Ja, Husten macht sich bisher nicht bemerkbar. Ich bin sehr froh. Ich lorfe nebenbei immer mal an meinem kleinen Tee. Was ist denn das für Tee? Sand, Dorn und noch irgendwas ist da drin. Apropos Sand, Dorn. Mein letzter Urlaub vor kurzem führte mich nach Rügen. Ich war schon sehr oft auf Rügen. Früher als Kind mit meinen Eltern oft. Und mir ist es noch nie so krass aufgefallen in diesem Urlaub, dass es dort an jeder Ecke Sanddornprodukte zu kaufen gibt. Ich kannte Sanddorn bis dahin überhaupt nicht. So ein Strauch mit so kleinen Sanddorn-Murmeln als Obst oder so. Jedenfalls gibt es dort irgendwie alles aus oder mit Sanddorn. Total faszinierend, ne? In Binz. Schönes kleines Städtchen auf Rügen. Mit einem wunderbaren Strand. Kann ich nur jedem empfehlen, wer da mal hin möchte. In Binz gibt es einen richtigen Sanddornladen. Unfassbar, ja? Total krass, was es da alles gibt. Hätte ich nie gedacht. Könnte alles mitmachen. Vom Badezusatz bis zum Brot bis zur, weiß ich nicht, bis zum Tee oder was, gibt es da alles. Und auch an jeder Ecke standen Schilder mit hier Sanddornprodukten, hier Sanddornprodukten, da. Nicht schlecht. So. Sieht so aus. Zwölf Sprünge noch. Bis zu den ersten 1000 Lichtjahren. Aber einiges an Objekten sind hier dabei. Das finde ich schon mal ganz gut. Also überhaupt jetzt. Die letzten Sprünge waren ja oft 20, 30 Objekte. Ein Objekt, ein Objekt, ein System. Auf dem Hinweg hatte ich, was über 60 Objekte hatte. Das ist dann schon mal wieder ein bisschen mehr. Hatte ich lange nicht. So. Aber auch hier bisher keinen Planeten, keinen kleinen Mond gefunden, der irgendwie unter 300 Kilometer groß ist im Radius. Der Kleinste hatte irgendwas von 420 oder so. Jetzt hier auf dem Hinweg, vielleicht jetzt auf dem Rückweg, dass ich da mal wieder einen sehr kleinen finde. Den nehme ich ja mal gerne mit, wenn die so 150, 200 Kilometer Radius haben. Die finde ich immer ganz niedlich. Und lande da ganz gern mal drauf. Aber da habe ich ewig keinen gesehen. Auch auf dem Explorer Account, die so weit draußen ist, dann die ASP, wo es eigentlich kaum noch großartig Materie geben sollte. Nicht mal da gibt es so kleine. Gut, dann gibt es die öfter mal bei diesen blauen Riesen. Da gibt es ja oft sehr viele Objekte überhaupt im System. Und dann auch sehr viele Monde. Und wenn dann die Monde hier nach rechts weg nochmal einen kleinen Mond haben oder einen kleinen Partnerplaneten, dann sind das oft sehr kleine. Aber auch da ewig nichts gefunden. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt noch den einen Sprung oder vielleicht noch den zweiten Sprung und dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Der Troika Sektor. Übrigens, vielen Dank aus der letzten Folge noch für die vielen Genesungswünsche. Hat mich sehr gefreut. Es wurde dann echt nochmal schlimmer. Boah, ich war ein bisschen genervt davon. Du kommst halt aus dem Urlaub und dann irgendwie eine Woche lang oder anderthalb Wochen so ein ekelhafter Reizhust und der halt einfach nicht weggehen wollte. Naja, wie dem auch sei. Auch dieses Nahtoderlebnis habe ich überstanden. Gerade die große Fresse gehabt mit vielen Objekten und jetzt ist hier bloß der eine Stern drin. Ne, also so beende ich die Folge nicht. Mindestens 10 Objekte will ich jetzt nochmal haben in dem System. Dann ist es vorbei. Also so lange fliegen wir jetzt noch. Wie ich mein Glück kenne noch eine Stunde lang. Ich sag nur Scan-Datenbanken unter Verschluss. Oder Polonium. Oder hier modifizierte, integrierte Firmen. Wir haben lauter solche Geschichten was immer sehr lange dauert bis ich das mal finde. Oder das Glück habe das zu finden. Ich hoffe es ist halt jetzt die ganze Zeit nicht so schlimm mit dem Mikrofon. Das macht mir am meisten Sorgen gerade weil ich da selber kein großer Freund bin wenn das irgendwo irgendwie kratzt und rauscht oder so. Es ist ja kein Rauschen es ist halt bloß so ein kleines irgendwas. Naja. Ich freue mich schon auf das neue Mikro. Das nimmt dann wirklich fast nur meine Stimme wahr. Ja und hier hätten wir dann 19 Objekte insgesamt einen Stern und hier nochmal von alles her. Ja und sieht jetzt auch erstmal aus wie eine Wasserwelt und das könnte eine Ammoniak Welt sein. Die gucken wir uns beide mal an. Eventuell haben wir da nochmal eine Ammoniak Welt. Die wäre noch nicht erforscht. oder noch nicht erkundet. Gescannt. Könnte so aussehen. Zumindest wenn ich hier mal ranzoome zumindest die Atmosphäre könnte Ammoniak belastet sein. Ist echt eine gute eine gute Entfernung noch zum Stern. Wie groß ist denn der? Ja so ein Dreiviertel Radius von unserer Sonne. Na mal schauen. Du scannst mal die Wasserwelt und dann den anderen noch und dann ist es das für heute. ja so ein Dreiviertel und dann den anderen noch das ist das für heute. Ja so ein Dreiviertel und dann den anderen noch links unten neben dem Radar. Ja. Wir schauen uns die Sache einfach mal an. Ja. Da müssen wir natürlich direkt gegenüber fliegen. War ja klar. Ihr gebt mir manchmal oder manchmal lese ich in den Kommentaren dass ich gerne mal Videos zu bestimmten Sachen aus dem Spiel machen sollte. Was ich an sich eine sehr gute Idee finde und da auch Bock drauf hätte. Das Problem ist immer bloß wo fängt man an und wo hört man auf mit den Ingenieuren zum Beispiel. Da so ein Einsteiger Guide oder so. Das ist nicht so einfach wie man sich das vielleicht denkt. Erstens gibt es sehr viele Ingenieure. Dann wie baut man es auf? Wie fängt man an? Wo hört man auf? Was bringt man alles mit rein? Bloß einen groben Überblick oder man geht näher ins Detail. Das ist dann immer nicht so einfach da bei so einem Spiel wie diesem hier Anfang und Ende zu finden weil es halt so unfassbar viele Möglichkeiten dazu dann gibt. Das ist nicht so einfach. Eine Ammoniak-Welt. Ja, nice. Super. Auch diese könnte meinen Namen tragen wenn ich denn die Daten abgebe und bis dahin das noch kein anderer von dem Planeten gemacht hat. Schauen wir uns meinen Planeten direkt nochmal an. Vielleicht habe ich ja das Glück. Ja, eine schöne Ammoniak-Welt. Das war jetzt Zufall dass der jene der zwar die Wasserwelt gescannt hat aber nicht die Ammoniak-Welt gescannt hat ist es auch terraformierbar ist es nicht. Schade. Wasser Geyserer Argon 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 und ja ich gucke mal dass ich gleich mal noch ein paar Aufnahmen nachher machen kann wenn ich wieder zurückgeflogen bin und bedanke mich bei euch fürs Zusehen wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein bis zum nächsten Mal Ciao Ciao